Herzlich Willkommen bei Slevenstream Sport. Wir spielen wie der Radsportmanager und ihr seht es schon, wir befinden uns in Italien, kurz vor dem Klassiker Mailand Sanremo. Es findet also das erste Monument des Jahres statt. 292,8 Kilometer gilt es zurückzulegen, aber ich sag's gleich vorweg, wir werden die meisten davon einfach vorspulen, denn Mailand Sanremo ist mit der ereignisärmste Klassiker, den es überhaupt im Radsport gibt. Es wird ganz lange gar nichts passieren. Ausreißer werden teilweise 20 Minuten Vorsprung bekommen, weil man sie locker wieder einholen kann. Erst am Ende, wenn es den Portshow hinauf geht, geht es richtig zur Sache. Dann werden wir natürlich zuschalten, live ins Rennen, aber zuerst geht es darum, wen wir nominieren wollen. Denn eins ist klar, wir wollen natürlich dieses Rennen gewinnen mit Peter Sagan oder mit Maximilian Schachmann, je nachdem, wie hart dieses Rennen ausfallen wird. Als Edelhelfer dabei sein wird Nils Polit. Im Normalfall wird Sagan der Sprint angezogen von Polit oder Schachmann. Wir sehen es hier, beide haben durchaus passable Sprintwerte und können auch am Hügel mithalten, ebenso wie Sagan. Da haben wir eigentlich das perfekte Trio, um hier zu bestehen. Da wir aber den Portshow hinauf ein bisschen Dampf machen wollen, wollen wir natürlich auch Helfer dabei haben, die richtig hochbrettern können am Hügel. Und da überlege ich mir, wen ich mitnehme. Da würde ich sagen, entscheiden wir uns für Felix Großschadner, der bislang sowieso wenig Einsätze bekommen hat. Und ich würde auch sagen, dass wir Aleotti mitnehmen. Ansonsten brauchen wir natürlich in der Ebene noch gute Helfer. Da haben wir mit Polit natürlich einen, aber auch Lukas Pöstlberger ist wie gemacht für diesen Klassiker. Ide Schelling nehmen wir auch mit, weil er sowohl in der Ebene stark ist, als auch am Hügel und damit eigentlich der perfekte Edelhelfer sein könnte. Und das sind unsere sieben Mann. Mit dieser Truppe werden wir Mailand Sanremo bestreiten. Wir schauen uns das Profil noch einmal an. Als Favoriten genannt wird natürlich Wout von Art allen voran. Aber auch hier sehen wir Caleb Ewan. In dieser Liste erkenne ich ihn gar nicht, aber Caleb Ewan dürfte auch einer der Favoriten sein. Ihn müssen wir ebenso wie Nizzolo, wie Demar, wie Laporte oder wie die anderen Top-Sprinter, die hier mit dabei sind, einfach an diesen beiden kleinen Hügeln abhängen. Denn wenn die mit drüber kommen und es im Sprint Mann gegen Mann gegen diese starken Männer geht, dann haben wir mit Sagan wahrscheinlich keine Chancen. So, wir gehen direkt rein ins Rennen. 33 Kilometer vor dem Ziel und kurz vor der Cipressa melden wir uns beim Rennen Mailand Sanremo. Wir sehen hier, dass Ide Schelling gerade noch Wasser bringt. Das hätten wir fast ein bisschen verpennt. Aber er wird es noch rechtzeitig schaffen, schätze ich. Ganz wichtig, dass man hier die Versorgung nicht verschläft. Denn bei Mailand Sanremo muss man wirklich fünf, sechs Mal Wasser holen, weil die Distanz mit knapp 300 Kilometern einfach so enorm ist. Jetzt geht die Cipressa los und wir sehen schon, dass Schelling es noch nicht geschafft hat, ganz nach vorn zu kommen. Jetzt ist er gleich da. Also, das war wirklich eine Punktlandung. An der Cipressa passiert meistens gar nichts. Das ist auch in der Realität tatsächlich oft so, obwohl das ja der härtere Berg ist. Aber dieses Flachstück zwischen Cipressa und Poccio sorgt einfach dafür, dass die Leute an der Cipressa sich nichts trauen. Würden wir jetzt hier mit Schachmann zum Beispiel angreifen, auch bergab vielleicht ein paar Sekunden noch rausholen, würden wir im Flachstück von den Teams der Sprinter einfach gnadenlos wieder eingeholt werden. Und so ist es auch hier. Wir sehen schon, 161 Fahrer sind im Hauptfeld noch zusammen. Die Ausreiser sind natürlich längst eingeholt worden. Es ist nichts viel passiert. Wir haben die Cipressa jetzt auch nicht genutzt, um das Rennen hart zu machen. Das hätten wir machen können. Für Peter Sagan und für Maximilian Schachmann. Aber wir haben uns dazu entschieden, die Kräfte zu sparen und erst jetzt, kurz vor dem Poccio, dann das Tempo zu erhöhen. Zuerst möchte ich aber, dass meine Leute sich vorne mal wieder einfinden. Und dann können wir jetzt kurz den Pause-Button drücken und dafür sorgen, dass wir uns den Zug aufbauen können. Aber natürlich nutze ich hier auch die Chance, um ein Bild zu machen. Wunderschön, man sieht das Meer und das Fahrerfeld, wie es sich bergab schlängelt, von der Cipressa Richtung Poccio di Sanremo. Aber jetzt konzentrieren wir uns lieber auf das Rennen, denn mit Peter Sagan haben wir eine richtig, richtig gute Tagesform. Auch mit Maximilian Schachmann und mit Nils Pollitt. Wir können hier also wirklich richtig Gas geben und sind mit diesen drei, würde ich sagen, eigentlich schon der Top-Favorit auf den Sieg. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Ich denke wirklich, dass wir eine Chance haben, dieses Rennen zu gewinnen. Und dementsprechend werden wir jetzt auch richtig aggressiv fahren. Ich hoffe, dass der Aufbau des Zuges hier funktioniert und wir uns nicht irgendwo verheddern. Was ja gerne passiert hier, haben sie sich gerade ein bisschen ausgebremst. Aber jetzt geht es bergab, das dürfte eigentlich funktionieren. Und jetzt werden wir richtig Gas geben Richtung Poccio und der König Quickstep hier bei der Führungsarbeit ablösen. Der Zug steht, Pösslberger kommt jetzt über links, muss die zweite Position hinter Aleotti einnehmen. Das gelingt ihm jetzt so. Und der Italiener fängt jetzt an mit der Tempoarbeit. 99 ist vielleicht ein bisschen viel. Gehen wir wieder ein bisschen runter. Aber der Zug steht. Wir drücken noch mal Pause und schauen uns die jetzige Situation noch mal an. Das Hauptfeld ist riesengroß, wie wir sehen. Alle Fahrer sind noch am Start. Das Meer. Wunderschön. Segelboote unterwegs. Und die kleinen Städtchen hier. Aber gleich geht's nach San Remo. Und Aleotti ist gleich fertig. Dann wird Pösslberger übernehmen. Und wenn es in den Berg geht, haben wir mit Schelling und Großschadner zwei Leute, die das richtig gut können. Und auch mit Polit und Schachmann zwei Leute, die richtig stark sind, wenn es hügelig wird. Das Finale beginnt jetzt so langsam. Wir werden unsere Leute jetzt richtig auspowern lassen hier. Auch die Verpflegung wird jetzt gleich genommen, damit sie am Pocho alle möglichst wenig Energie brauchen. Also auch Sagan und Schachmann und Polit werden jetzt schon die Verpflegung nehmen. Jetzt übernimmt Ide Schelling die Tempoarbeit. Pösslberger hat ebenso wie Aleotti seine Arbeit getan. Und auch wenn es ein bisschen verwegen klingt, aber Pösslberger ist jetzt knapp 200 Kilometer gefahren, nur um hier zwei, drei Minuten die Führungsarbeit, also in Echtzeit, nicht in Spielzeit, zwei, drei Minuten Führungsarbeit zu leisten. Aber sobald der Pocho, also der entscheidende Anstieg beginnt, sind Pösslberger und Aleotti kaputt und nicht mehr zu gebrauchen. Wir sehen jetzt auch schon, Aleotti ist ganz hinten im Feld. Der ruht sich aus. Pösslberger wird das jetzt auch machen. Aber Ide Schelling jetzt definitiv nicht, denn der wird uns jetzt in den Pocho hineinfahren. Und da schalten wir natürlich um, weil wir sehen wollen, was im Hauptfeld passiert hinter uns. Denn wir sind die Spitze des Feldes. Am liebsten würde ich jetzt Geschwindigkeit 0,5 einschalten, aber das gibt es ja leider nicht. Das geht mir fast schon zu schnell. Deswegen werde ich immer mal wieder den Pause-Button drücken. So, Schelling, du musst jetzt Gas geben, denn wir wollen das Rennen natürlich so schwer wie möglich machen, weil wir Sprinter wie Demar oder Yuan möglichst wehtun wollen. Wir wollen, dass die möglichst kaputt oben am Pocho ankommen. Jetzt ist Schelling fertig. Großschadner wird übernehmen. Schelling rückt ans Hinterrad von Sagan. Großschadner wird jetzt auch nochmal Vollgas geben. Wir sehen, dass wir fast schon oben sind. Großschadner ist jetzt auch fertig und jetzt übernimmt schon Nils Pollitt. Ich hoffe, dass das nicht zu früh ist. Aber eigentlich dürfte das Timing ganz gut hinhauen. Denn Pollitt wird jetzt auch gleich bergab das Tempo noch machen. Jetzt sind wir in der Abfahrt und wir drücken jetzt nochmal Pause, wenn es hier die Kurven bergab geht. Wir haben jede Attacke vereitelt und wir sehen, wie lang gezogen das Feld ist. Wir gehen mal durch. Wir haben hier Anodema. Der ist zwar in den ersten 20-30 Positionen mit über den Pocho gekommen, genauso wie Gaviria und auch Caleb Ewan. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, diese Fahrer haben jetzt mehr gelitten als Peter Sagan. Peter Sagan steht noch da wie eine 1, ist topfit. Während diese reinen Sprinter wahrscheinlich schon einen leichten Schaden haben in ihrer Ausdauer, sag ich mal. Denn wir haben einfach keinen so guten Hügelwert, wie es bei Sagan der Fall ist. Und wenn wir jetzt noch die Abfahrt beenden und das kleine Flachstück kommt, werden wir weiter Vollgas geben und dann hoffentlich mit Sagan die Etappe gewinnen können. Beziehungsweise nicht diese Etappe, sondern diesen Klassiker, dieses erste Monument in diesem Jahr. Wir müssen gleich auch noch schauen, wie der Wind steht. Drei Kilometer vor dem Ziel kann ja begonnen werden zu sprinten. Wir schauen jetzt. Der Wind, es ist Gegenwind. Es ist Gegenwind. Es wird gleich leichter Seitenwind, wenn ich das richtig sehe. Aber wir haben wirklich eine gute Position. Hinter uns die größte Gefahr, würde ich sagen, die größte Gefahr geht von Wout van Arte aus. Der hat diese Position hier. Mohoric müssen wir im Griff haben im Sprint. Hirschi ebenfalls, auch Pitcock. Und der Rest ist eigentlich schon zu weit zurück. Wir sehen hier grüne Wegen. Der ist schon zu weit zurück. Wenn wir nochmal ganz kurz weiterlaufen lassen. Van Arte ist auf dem Weg nach vorne. Der wird sich jetzt gleich das Hinterrad von Sagan holen. Und das ist natürlich eine Gefahr. Aber wir versuchen es. Wir beginnen jetzt zu sprinten mit Nils Polit und werden dann gleich Schachmann übernehmen lassen. Und jetzt muss Sagan eigentlich schon raus. Denn sonst kommt uns van Arte einfach zu schnell zu nahe. Wir schauen auf van Arte. Der hat eine Geschwindigkeit von 70 kmh. Und wir schauen auf Sagan. Der hat 68. Also van Arte wird jetzt gleich links an uns vorbeiziehen. Und ich hoffe, dass van Arte ein bisschen zu früh im Wind war. Denn Sagan hat die Power noch bis zur Ziellinie. Und ich hoffe, trotz Gegenwind, dass das nochmal gut gehen wird für uns. Auch Schachmann wird eine gute Position am Ende haben. Das steht jetzt schon fest. Ich sehe hier keine Gefahr mehr. Es wird ein Duell zwischen van Arte und Sagan. Das kann man jetzt schon sagen. Wer gewinnt Mailand Sanremo? Sagan ist noch vorne. Links kommt jetzt van Arte. Aber Sagan gewinnt Tuvarain Mailand Sanremo vor Wout van Arte. Maxi Schachmann wird Dritter. Dann folgen Pitcock, Mohoric, Hirschi und Polit schafft es tatsächlich noch Siebter zu werden. Und auch Großschadner und Schelling platzieren sich vorne. Wir sehen danach eine riesige Lücke. Und das ist genau das, was ich angesprochen habe. Bennett ist ein Top Sprinter. Ebenso wie Nizzolo. Die sind wir losgeworden. Gaviria. Weil wir am Pocho das Feld so penetriert haben, dass sie im Ziel einfach die Power nicht mehr haben. Peter Sagan gewinnt Mailand Sanremo. Wir schauen uns dieses wunderschöne Ergebnis noch einmal an. Peter Sagan gewinnt Mailand Sanremo vor Wout van Arte und Maximilian Schachmann. Dann folgen mit Pitcock, Mohoric und Hirschi Fahrer, die eigentlich davon profitieren, dass Mailand Sanremo am Ende mit der Gipressa und mit dem Pocho ein Rennen ist, das den Sprintern wehtun kann. Und Wout van Arte ist eben wie Sagan jemand, der die Hügel ganz gut drüber kommt. Also wir haben hier 77, bei Sagan glaube ich 75. Genau so ist es. Und der erste reine Sprinter ist Dylan Grönewegen, der am Hügel nur 65 hat. Aber der hatte am Ende einfach nicht mehr die Power. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass im Team Jumbo Wisma wahrscheinlich einfach Wout van Arte auch der Kapitän war. Umso stärker, umso besser auch diese Leistung von Dylan Grönewegen, das muss man ganz klar sagen. Danach eine Lücke von 36 Sekunden. Also die meisten reinen Sprinter folgen dann hier mit Sam Bennett von De König Quickstep, mit Giacomo Nizzolo, mit Gaviria, mit Demar. Das sind genau die Konkurrenten, die wir hatten mit Caleb Ewan auch hier und Laporte. Die haben wir einfach abgehängt, weil wir den Pocho so schnell hochgefahren sind. Ja und darüber, über dieses Ergebnis können wir absolut glücklich sein. Wir gewinnen das erste Monument des Jahres. Und das war es auch schon für heute. Wir blicken kurz auf den Rennkalender und sehen dann schon, dass das nächste Rennen, welches wir uns anschauen werden, die Katalonien Rundfahrt sein wird. Das ist ein Mehretappenrennen. Danach folgt direkt die Baskenland Rundfahrt. Also wir sind jetzt erstmal in Spanien unterwegs. Parallel dazu werden aber auch die Kopfsteinpflasterrennen in die heiße Phase gehen. Wir haben Depanne und Wasdorf-Landerrennen. Dann haben wir den E3-Preis. Wir haben Gent-Weffelchem. Wir haben die Flandern-Rundfahrt dann natürlich. Und nicht zu vergessen auch Paris-Roubaix, die Mutter aller Klassiker. Das sind unsere nächsten Rennen. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald.